Hallo zusammen, AI Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Sturm Rieskrater anzunehmen bei Schuppen Kommandantin Gluthal auf der verbotenen Insel in dieser Position. Vor Quest war die Heilschwingen. Nehmt die Quest gleich mal an und man muss sich nun in diese Richtung begeben. Dahin. Am leichtesten geht es natürlich wenn ihr die Fähigkeit Segeln setzt. Wenn ihr sie einsetzt, dann segelt aber nicht zu hoch, weil es könnte sein, dass ihr den Erfolg bekommt, um die Insel aufzudecken. Und sobald der Erfolg aufploppt, zumindest in der Beta wird man dann quasi abgebremst und man stürzt in die Tiefe. Ich zeig's euch mal. Ihr könnt aber natürlich auch so hinreiten. Würde auch klappen. So ich mache, ich drücke einmal die Fähigkeit auf der 1. Halte mich hier in der Nähe des Bodens und seid ihr Erfolg bekommen und ich stürze ab. Je nachdem wo man abstürzt. Also wenn ihr ganz oben seid und irgendwo hier und hier hinunter plumst auf ein Felsen. Dort. So, nun geht's weiter in diese Richtung. Dann gleite ich mal hier nach unten. Und hier müssen wir hin. Solltet ihr kein Segeln haben, also wenn die Fähigkeit auf Cooldown ist, könnt ihr hier seitlich vorbei laufen. Irgendwo geht's nach unten. Oder hier hinlaufen einfach. Und von da mit Doppelsprung übergleiten. Habe ich ja auch gemacht. Ich bin ja hingefallen. Lange Rede kein Sinn. Quest ist abzugeben bei Schuppenkommandant Azuratel auf der verbotenen Insel. An dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.